Hallo Herr Seekräuter und willkommen zu diesem 1500 Abonnenten Special Vorankündigungsvideo. Ich habe hier schon mal die Livestream-Thumbnail vor Samstag, den 24.08.20.15 Uhr reingestellt. Damit werdet ihr quasi diesen Livestream erkennen. Wir haben 1500 Abonnenten erreicht. Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr so zahlreich dabei seid, dass euch gefällt, was wir tun und dass ihr uns dabei unterstützen möchtet. Wir werden mit Liquifarn, der, der uns vor 500 Abonnenten erzählt hat, Ach, das wird noch ein Jahr dauern, bis ihr bei 1500 seid und dann fahre ich mal bei euch mit. Jetzt sind es, naja, dreieinhalb, vier Monate und wir haben 500 Abonnenten mehr und Liqui wird dabei sein. Wir haben uns aber gedacht, zu diesem Jubiläum von 1500 Abonnenten machen wir natürlich ein bisschen mehr, als nur den erlauchten Liqui mitzunehmen, sondern wir werden euch ein bisschen was ausschütten an Gewinnspielen und es wird kleinere Gewinne geben und es wird einen Hauptgewinn geben. Den Hauptgewinn, den könnt ihr nur dann abgreifen, wenn ihr über die Woche eure Buchstaben sammelt. Denn wir machen ein Buchstaben-Sammel-Gewinnspiel sozusagen. Ihr schaut unsere Videos bei YouTube und achtet darauf, wenn ich euch Buchstaben nenne. Das wird dann ungefähr so sein, Achtung, für das Gewinnspiel kommen jetzt Buchstaben. Dann sage ich eine Zahl und ich sage ein Buchstaben und das ist dann die, ja, in der Reihenfolge der Buchstabe, in dem Wort, was wir suchen. Dann nehmt ihr am 24.08. abends, ab 20.15 Uhr im Livestream teil. Wir werden weitere Buchstaben euch bekannt geben und am Ende habt ihr ein ganzes Wort. Das behaltet ihr natürlich für euch. Ihr sagt das nirgendwo weiter, denn wir werden auch nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist. Am Ende gibt es ein Gewinnspiel, da kann jeder mitmachen, der von euch da draußen zuschaut, Abonnent oder nicht Abonnent. Und ihr nennt dann, also das wird ganz normal gezogen, ihr macht ganz normal mit über Ausrufezeichen SEK, dann wird ein Gewinner gezogen. Der Gewinner, der dann gezogen wird, muss seinen World of Warships Ingame-Namen vom EU-Server nennen und dann noch dahinter das Lösungswort. Ist beides richtig und beides vorhanden, bekommt er diesen Gewinn. Es gibt da keine Abhängigkeiten, ob er das Schiff schon hat oder ob er es nicht hat, weil wir selber noch nicht genau wissen, was wir euch schenken. Das kommt ein bisschen drauf an, was Donnerstag oder Freitag in den Store kommt. Aber das wird auf jeden Fall dann von uns bekannt gegeben im Livestream. Es wird auf jeden Fall was Besonderes sein. Also nicht nur ein Container, sage ich jetzt einfach mal, oder ein Wochenendpass, sondern es wird ein bisschen was Besonderes sein. Okay, das sind die Regeln. Ich hoffe, ihr habt sie alle notiert, verstanden. Wenn nicht, fragt unter diesem Video gerne drunter. Schreibt mir auch unter diesem Video, ob ihr diese Aktion cool findet oder ob ihr sie nicht cool findet. Empfehlt uns gerne weiter, auch mit diesem Video hier. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Kanal und immer schön wachsam bleiben und die Ohren spitzen. Das ist mein Tipp an euch. Also, in dem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Euer Seekroatz Team, euer Andi. Ciao, ciao. Seekroatz. Euer Seekroatz Team, euer Seekroatz Team, euer Andi.